Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute geht es um den ultimativen Aktiensparplanvergleich. Genau wie dieser junge freundliche Mann, der mich neulich hier in Magalow auf der Insel besucht hat, gibt es viele viele andere Leute, die neben ETF-Sparplänen auch Aktiensparplänen haben wollen. Ob sie jetzt z.B. persönliche Vorlieben für ein Unternehmen haben wollen oder weil sie z.B. ein Unternehmen wie Monsanto oder Nestle nicht über einen ETF-Sparplan unterstützen möchten. Es gibt ganz viele Gründe, warum einige Anleger auch lieber Aktiensparpläne oder sogar zusätzlich haben wollen. Und deswegen habe ich mich mal mit Jonathan Neuscheler zusammengesetzt und ganz viele Sachen untereinander verglichen für Euch. Weil wir immer wieder auch in der Dividenden-Strategie-Gruppe oder bei Aktien mit Kopf die Diskussion haben, wie ist das mit den Namensaktien? Also da kostet das ja Gebühren, wenn man sich da so eintragen lässt in dieses Namensregister. Wie ist das mit Preisen und Gebühren jeweils? Und natürlich das Wichtigste von allem, wie viele Aktien gibt es überhaupt im Sparplan? Und genau darum geht es jetzt. Wir haben uns drei Online Broker herausgesucht, die wir für Euch vergleichen wollen. Einmal die Comdirect Bank, die Consos Bank und die ING Diba Bank. Onvista und DeGiro haben nur ETF-Sparpläne, keine Aktien-Sparpläne. Es gibt noch den S-Broker, der ist allerdings verhältnismäßig teuer, weswegen er es nicht in meine endgültige Favoritenliste von diesen drei Brokern geschafft hat. Österreicher und Schweizer haben natürlich immer auch die Möglichkeit bei deutschen Brokern oder in diesem Fall holländischen Brokern ein Depot einzurichten. Ihr kriegt dann auch Steuerbescheinigungen, müsst aber natürlich, weil von einem deutschen Broker keine Abgeltungssteuer an Euer Finanzamt in der Schweiz gezahlt wird. Deswegen müsst Ihr Euch dann selber um die Steuererklärung kümmern. Oder Ihr wählt einen österreichischen Broker direkt. Hier ist aber das Angebot, das kann ich Euch gleich sagen, was Sparpläne angeht, deutlich eingeschränkt im Vergleich zu denen im deutschen Markt. Kommen wir jetzt zum ersten wichtigen Punkt. Und zwar, warum überhaupt Aktien-Sparplan? Macht das eigentlich Sinn oder nicht? Wenn Du Dich schon dafür entschieden hast und weißt, warum Du einen Aktien-Sparplan haben willst, dann kannst Du mal in der Videobeschreibung unter diesem Video schauen. Dort füge ich nämlich immer Timestamps ein, sodass Du dann direkt zu dem Anbietervergleich hier springen kannst, zeitlich. Also der Vorteil von einem Aktien-Sparplan und eben auch Vorteile von direkten Käufen habe ich mal hier gegenübergestellt. Erstens, Ihr habt automatisiert jeden Monat die Möglichkeit über ein Sparplan Vermögen aufzubauen. Ihr habt keinen laufenden Aufwand, da Ihr den Sparplan wie einen Dauerauftrag einstellt und er dann genau wie bei Eurer Miete oder wie bei anderen Daueraufträgen einfach regelmäßig Geld überweist. Und zwar genau nur so viel, wie Ihr auch einstellt. Und die Aktien, die Ihr dann bespart, die landen direkt in Eurem Depot. Das heißt, solltet Ihr Euch dann entschließen, zum Beispiel mal eine Sparrate auszusetzen, was jederzeit möglich ist, aber nicht empfehlenswert meiner Meinung nach. Oder Ihr seid zum Beispiel mit einer Aktie zufrieden und wollt eine neue besparen, dann bleiben die anderen natürlich alle in Eurem Depot und gehen nicht wieder raus oder so. Und Ihr könnt jederzeit auch diese Aktien-Sparpläne stornieren, kostenfrei und das ist also eigentlich ziemlich flexibel. Und bei einem direkten Kauf, das ist eigentlich gar kein Vorteil, sehe ich gerade, müsst Ihr Euch natürlich jeden Monat neu entscheiden, welche Aktien Ihr kaufen wollt. Kommen wir jetzt mal zum nächsten. Und zwar, Ihr habt hier bereits ab 25 Euro die Möglichkeit, Aktien zu besparen. Es ist also, wie wir ganz richtig hier geschrieben haben, die Demokratisierung des Aktienbesitzes. Nichts von wegen Umverteilung und so, sondern mit 25 Euro kann man loslegen. Und das ist der ganz klare Vorteil, weil Ihr natürlich bei großen Aktien jetzt in Bezug auf den Aktienpreis, nehmen wir mal Amazon, die steht bei 1600 Euro oder so. Die könnt Ihr ja erst dann kaufen, wenn Ihr 1600 Euro auch habt mindestens. Und das ist für viele Anleger mit kleinem Budget eher demotivierend. Und deswegen können Sie auch schon mit 25 Euro bei einem Sparplan Amazon besparen. Und dann kriegen Sie einfach 0,X Anteile von Amazon, die Sie übrigens auch wieder verkaufen können. Ganz wichtig zu wissen. Nächster Punkt. Ihr könnt bei einem Aktiensparplan ziemlich faire Preise mittlerweile auch bekommen. Und zwar 1,5% vom jeweiligen Betrag, den Ihr investieren wollt. Das sind zum Beispiel, wenn Ihr jetzt 25 Euro investiert, unter 40 Cent, die Ihr pro Ausführung noch zahlt. Das finde ich absolut fair, wenn man sich überlegt, dass natürlich diese Banken damit auch irgendwie Geld verdienen müssen und natürlich auch eine Dienstleistung für uns Kunden erbringen. Ich weiß, es gibt auch bei vielen Leuten immer diese kostenlose Mentalität. Alles muss 0,0,0,0 sein. Aber keiner von uns arbeitet natürlich für umsonst und auch Banken müssen Geld verdienen. Und deswegen finde ich persönlich diese 1,5% absolut fair. Aber man muss auch sagen, das ist der Vorteil von einem direkten Kauf ohne Sparplan, dass ab einer gewissen Summe kostenmäßig eine Einzeltransaktion günstiger ist. Und zwar in der Regel ab 1.000 Euro pro Order. Je nach Broker kann es aber auch schon bei 600 bis 700 Euro der Fall sein. Abgesehen natürlich bei Angeboten, die es immer mal wieder temporär von einigen Brokern gibt, wo Ihr auch ETFs zum Beispiel kostenlos ohne diese 1,5% Gebühren besparen könnt. Das habe ich bisher aber immer nur für ETFs gesehen und noch nie für Einzelaktien. Wäre doch mal eine sinnvolle Sache, zum Beispiel beim Tag der Aktie oder so. 10 Jahre lang kostenlos besparen. Okay, ein bisschen übertrieben, aber heute ist Freitag. Nächster Punkt. Ihr habt psychologisch gesehen einen Vorteil beim Aktiensparplan, weil ihr eben langsam anfangt, in den Markt zu investieren. Nehmen wir mal an, ihr habt 5.000 Euro gerade von eurer Oma als Weihnachtsgeschenk bekommen. Herzlichen Glückwunsch. So eine Oma hätte ich auch gern. Nein, Spaß. Und zwar 5.000 Euro, die investiert ihr jetzt als Einzelinvestition in den Markt und direkt danach kommt ein fetter Bärenmarkt und ein Crash. So, dann seid ihr natürlich ein bisschen schlecht drauf und müsst die Oma schon wieder um Geld anhauen. Aber bei einem Sparplan habt ihr dann zum Beispiel in diesen Bärenmarkt überhaupt gar kein Problem, weil ihr habt dann zum Beispiel nur 500 Euro bisher investiert und jetzt kauft ihr euch in diesem Bärenmarkt regelmäßig weiter eure Anteile. Also perfekt. Aber dieser Effekt, dass dadurch euer Depot nicht so volatil ist, nicht so stark schwankt, der wird natürlich mit zunehmender Haltedauer immer weiter reduziert. Warum? Naja, wenn ihr irgendwann zum Beispiel 100.000 oder sogar 200.000 Euro im Depot liegen habt, dann ist natürlich eine Summe von 25 Euro nicht mehr mit einer wirklichen großen Auswirkung auf dieses Depot versehen und das bedeutet, dann haben auch diese neuen Sparraten keinen volatilitätsverbessernden Effekt mehr, weil wenn dann ein Bärenmarkt kommt, ist natürlich euer 100.000 Euro Depot genauso von diesem Bärenmarkt getroffen wie jetzt ein anderes Depot. Und der zweite Punkt ist der, das muss man ganz fair auch dazu sagen, dass dieser Cost Average Effekt keinen langfristigen Renditevorteil hat. Das ist einfach wissenschaftlich mittlerweile häufig genug nachgewiesen. Es geht nur psychologisch darum, dass es einfach besser ist am Anfang, wenn man ein Anfänger ist und man hat einfach nicht so ein volatiles Depot am Anfang. Aber da der Erwartungswert, was die Rendite betrifft, am Gesamtmarkt positiv ist, ist es eigentlich, wenn man jetzt an dieses Effizienz der Märkte glaubt, kein Stockpicking und kein Market Timing betreibt, besser gleich zu investieren, weil man sonst halt eben nicht investiert ist. Und wenn man nicht investiert ist, macht man eben nicht diese 7% durchschnittliche Rendite. Nächster Punkt. Diversifikation über verschiedene Wertpapiere ist auch eben schon mit verhältnismäßig kleineren Summen möglich bei einem Sparplan, was ihr eben mit einem großen Einmalkauf nicht tun könnt. Ihr habt zum Beispiel 2000 Euro, dann könnt ihr gerade mal in zwei Aktien investieren. Könnt aber, wenn ihr das auf einen Sparplan aufteilt, in 20 oder 30 Aktien schon investieren. Das heißt, Diversifikation ist auf jeden Fall mit einem Sparplan schneller möglich. Aber, hier kommen auch die Einzeltransaktionen wieder mit einem Vorteil. Und zwar, ihr habt hier die volle Aktienauswahl. Das heißt, viele, viele tausend Aktien auf der Welt, die kann man gar nicht anteilig, also über einen Sparplan besparen. Die muss man also einzeln kaufen. Da kann man natürlich nur hoffen, dass die Broker weiterhin ihr Angebot verbessern. Aber aktuell ist es so, dass sie einfach eine viel größere Auswahl für Einzeltransaktionen hat, als ein Sparplan. Und deswegen, wie es häufig so ist, finde ich immer gut, einfach beides zu machen. Jetzt kommen wir mal zum ultimativen Anbietervergleich. Ich hoffe, ihr habt euch einen guten Kaffee geholt. Denn jetzt unbedingt richtig gut konzentrieren und unbedingt auch dranbleiben, weil es sind jetzt ganz wichtige Punkte, die es so auch noch in keinem Video jemals auf YouTube in diesem Bereich hier analysiert gab. Glaubt mir, ich habe es genau recherchiert. Und bei Aktien mit Kopf bekommt ihr immer die neuesten und besten Infos. Also, komm direkt, Anzahl der Aktien. Ihr habt 188 Werte, die ihr besparen könnt. Ganz schöne Menge. Das Ganze aus DAX, MDAX, SDAX, TechDAX, sowie ganz beliebte US-Werte, wie zum Beispiel Amazon, Microsoft und so weiter. Die könnt ihr alle hier auch besparen, Tesla und so weiter. Und, habe ich neulich gesehen, kleiner Scherz am Rande, ist aber im Prinzip wirklich so, ihr könnt tatsächlich auch mittlerweile Steinhoff besparen für die ganzen Zocker unter euch. Bei Consors habt ihr sogar ein noch größeres Angebot von 300 Werten. Und zwar aus DAX, Nasdaq 100, Stocks Global 150 und einige MDAX und SDAX-Werte sind auch dabei. Die ING-DiBa hat leider ein etwas eingeschränkteres Angebot im Vergleich und könnt ihr nur 80 Werte, vor allem DAX-Werte, aber auch 50 beliebte große internationalen Unternehmen wie Berkshire, Apple und so weiter besparen. Aber deutlich weniger als Comdirect und sogar Consors. Dann, was die Mindestsparrate angeht, da liegt Comdirect und Consors auch vor der ING-DiBa. Da könnt ihr nämlich schon mit 25 Euro jeweils pro Sparplanausführung loslegen. Bei der ING-DiBa müsst ihr mit 50 Euro anfangen. Der Sparintervall, der ist eigentlich immer gleich, da könnt ihr das Ganze monatlich, jeden zweiten Monat oder quartalsweise machen. Bei der Consors könnt ihr das Ganze sogar auch noch halbjährlich machen. Ansonsten alles gleich. Jetzt kommt der springende Punkt. Die Gebühren. 1,5% der jeweiligen Sparsumme zahlt ihr bei der Comdirect für eine Aktie, bei der Consors-Bank für eine Aktie, aber bei der ING-DiBa schneidet ihr ein bisschen schlechter ab. Ihr zahlt nämlich 1,75% pro Sparplanausführung. So, jetzt kommt der wichtige Punkt in Bezug auf Namensaktien. Namensaktien sind im Gegensatz zu Inhaberaktien Aktien, bei denen jeder Aktionär in das Namensregister eingetragen wird. Die BASF zum Beispiel und auch einige andere DAX-Werte machen das. Die wollen also wissen, wer ist der Aktionär. Und das kostet eben bei der Comdirect und bei der Consors-Bank Gebühren. Und das gar nicht so wenig. Bei der Comdirect zahlt ihr nämlich bei einer Eintragung ins Namensregister und das ist vollkommen egal, ob ihr jetzt 5 Milliarden Euro investiert oder nur 25 Euro investiert, 95 Cent Gebühren für diese Eintragung. Und ihr könnt leider auch nicht widersprechen dagegen. Das heißt, wenn ihr jetzt viele, viele Namensaktien habt, dann entweder bei ihr in GDIBA besparen, weil dort zahlt ihr nämlich kein Entgelt für die Eintragung ins Namensregister oder aber ihr setzt bei der Comdirect zum Beispiel euer Sparintervall auf Quartalsweise statt auf monatlich, dann fallen diese Gebühren für die Eintragung eben nur jeden dritten Monat an. Ganz wichtiger Fakt nebenbei, habe ich vergessen zu sagen, es geht hier nur um deutsche Namensaktien. Was diese Eintragung angeht, nicht um ausländische, amerikanische Namensaktien und so weiter. Da werdet ihr nicht eingetragen hier in dieses Namensregister und müsst nicht auch hier diese Gebühren dafür zahlen. Es geht nur um deutsche Werte hier. Bei der Consos Bank ist es sogar so, dass ihr 1,95 Euro zahlt für die Eintragung ins Namensregister und das, wenn ihr euch anmeldet und einen Sparplan einrichtet, ist das automatisch hier mit dabei. Also unbedingt achten darauf bei Namensaktien. Ihr könnt aber den Kundenservice dort anrufen und sagen, passt mal auf Leute, ich möchte nicht eingetragen werden ins Namensregister, in meinem Sparplan und dann zahlt ihr nicht diese Gebühren. Dann aber nicht auf der Hauptversammlung bitte rumjammern, dass ihr kein Stimmrecht mehr habt. Weil, wenn ihr nicht eingetragen seid ins Namensregister, weiß die Aktiengesellschaft nicht, dass ihr Aktionäre seid und könnt somit auch nicht an Abstimmungen und so weiter teilnehmen. Könnt euch aber nachträglich natürlich auch noch eintragen lassen, wenn ihr möchtet. Dann kostet es aber natürlich wieder Gebühren. So, ich hoffe, das haben jetzt alle Leute verstanden. Wie gesagt, es gibt gar nicht mehr so viele Namensaktien, aber doch dann schon eben einige wichtige, wie zum Beispiel BASF und andere beliebte Aktien. Und wie man sich hier entscheidet, muss jeder selber wissen. Die Ausführung ist bei der Comdirect die Xetra-Börse, bei der ING Diba auch die Xetra-Börse, vor allem hier aber bei der Eröffnungsauktion. Und hier hat die Consorsbank einen Nachteil, denn dort wird es bei der Börse München und zwar um 8 Uhr morgens ausgeführt. Jeder weiß, dass 8 Uhr morgens eine illiquide Zeit ist, um Aktien zu kaufen. Und einige Kunden, das sehen wir gleich noch, haben sich hier beschwert über unfaire Preise, die dann dort abgerechnet werden. Bei der Comdirect Bank ist das überhaupt kein Problem. Wir haben das sogar selbst mal nachgerechnet. Da gibt es eine faire Ausführung über die Xetra, die Kurse stimmen jeweils, die man also dann bekommt und die dann in dem Moment auch ausgewiesen waren. Hier sollte man halt die Namensaktien meiden oder bei ING Diba besparen. Oder eben, wenn man sich sagt, ich will jetzt nicht extra einen zweiten, dritten Broker, dann sollte man das Ganze einfach quartalsweise einstellen. Dann zahlt man halt quartalsweise für eine Aktie, die eine Namensaktie ist, 95 Cent. Nur jetzt die ING Diba wäre mir persönlich zu eingeschränkt. Einfach aufgrund erstens der Kosten mit diesen 1,75, weil die meisten Aktien, die ich habe, sind sowieso irgendwelche amerikanischen Aktien und so weiter. Und da habe ich dieses Problem mit diesem Namensregister eh nicht. Und ich habe aber eine eingeschränkte Auswahl. Das heißt, es würde sich anbieten, vielleicht zusätzlich diesen ING Diba Broker sich ein Depot einzurichten, wenn man viele Namensaktien haben will. Bei der Consos Bank ist das Fazit, es gibt eine absolut tolle Auswahl, und zwar die größte von allen. Kostenmäßig haben sie auch bei der Comdirect gleichgezogen. Nur eben, was halt diese Ausführung angeht, würde mich persönlich ein bisschen stören. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie in Zukunft besser geregelt. Und ja, die ING Diba, wie gesagt, hat auf jeden Fall den größten Vorteil in Bezug auf diese Namensaktien, hat aber eine eingeschränkte Auswahl insgesamt, die hier da ist. Was meine ich jetzt genau mit diesen Beschwerden? Nun ja, es gibt hier einen Screenshot, den ich gefunden habe, wo jemand sich beschwert hat, dass eben der Tageskurs der Deutschen Bank bei 12,75 Euro lag, aber zu einem Kurs von 13,50 Euro abgerechnet wird. Und das würde natürlich bedeuten, gerade bei größeren Sparsummen, dass wenn man hier unfaire Preise bekommt, natürlich zusätzlich zu diesen normalen Gebühren noch einiges an happigen anderen Gebühren dazukommt. Ich will jetzt hier keine Anschuldigung aber machen, ich will nur sagen, es gibt einige Kunden, die darüber halt berichtet haben. Es kann auch sein, dass sie zum Zeitpunkt, wo du dieses Video hier schaust, weil es gibt natürlich auch immer Verbesserungen von Angeboten, dieses Problem bereits behoben wurde. Aber an alle Konsorskunden, bitte überprüft das einfach mal, ob die Ausführungen eurer Kurse, die ihr bekommt, dieselben sind, wie die, die zu diesem Zeitpunkt eben an der Börse ganz normal auch für Einzeltransaktionen zur Verfügung stehen. Das war es insgesamt, ja, zu diesem ganzen Video. Wie gesagt, jetzt wisst ihr ganz genau, welche Broker ich gut finde. Unter diesem Video findet ihr in der Videobeschreibung drei Affiliate-Links zu den jeweiligen Brokern. Wenn ihr also über mich einen Aktiensparplan einrichtet, dort bekomme ich von den jeweiligen Banken eine Provisionsvergütung für die Videos, die ich hier mache. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr natürlich auch, ja, ohne mich diese Anmeldung machen, dann seid ihr natürlich ein bisschen uncool, aber deswegen machen es die meisten auch nicht und sind cool. An dieser Stelle noch schönen Dank an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Kanals und ich wünsche euch jetzt ein hoffentlich genauso sonniges Wochenende, wie wir es hier auf der Insel haben. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.